Musik Wir sind hier in der Franziskusküche und wir geben heute das Essen aus. Ich bin mit drei Kollegen da, zu viert schaffen wir das gut. Wir hoffen, dass wir die Gäste gut bedienen können und alle zufrieden sind. Musik Insgesamt ist das sehr schön, hier immer wieder hinzukommen. Jetzt sind wir im sechsten Jahr und natürlich bin ich auch irgendwo stolz, dass wir so eine große Gruppe geworden sind. Also wir waren echt begeistert darum, dass die Sparkasse sich gemeldet hat und sie hat gleich gesagt, wir würden gerne hier einen Dienst machen in der Küche für eine Woche im Jahr und genau das wollten wir. Das ist natürlich eine ganz klassische Sache für die Sparkasse, dass hier die Stadtgemeinschaft gefördert wird und dass man sieht, dass man zusammenhält und eben auch, um die Menschen zu unterstützen, die einfach unsere Hilfe brauchen. Musik Was die Ehrenamtlichen angeht, habe ich gute Erfahrungen gemacht. Sie sind alle nett und freundlich. Wir helfen, unterstützen einen. Man ist immer nett in Gesellschaft und ist einfach toll hier. Musik Und worüber wir uns eigentlich so tagtäglich aufregen, was nicht gut ist, wieso es uns nicht so gut geht. Eigentlich haben wir ganz viele Gründe, uns zu freuen, wie gut es uns allen geht. Musik 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 Musik